Sieht das etwa so aus, als ob Justin Bieber und Selena Gomez wieder zusammen sind? Das Bild wurde von Bieber auf Instagram gepostet, dann wurde es aber schnell wieder gelöscht. Aber seine 8 Millionen Fans denken jetzt sicherlich, dass die beiden wieder ein Paar sind. Selena hat eine neue Single, Come and Get It, und vielleicht war das der Anlass für sie, ihn in Norwegen zu besuchen, und dann ging sie sogar mit ihm zu seinem Auftritt in Kopenhagen. Es scheint so, als ob sie ihn wieder zurück hat. Selena sagte erst vor kurzem vor Journalisten, dass sie ihr Single-Leben genießt. Es gibt Berichte, die behaupten, dass Bieber unter ihren wechselnden Gefühlen ziemlich gelitten hat. Aber das Foto wurde so schnell wieder gelöscht. Vielleicht haben sie sich ja auch schon wieder getrennt.